Hallo, hallo, hallo. Hier ist nun der 73. Tag in meinem... Und am 73. Tag bin ich voll unter Stress. Ich habe voll den Käse am Computer, den ich für die Arbeit machen musste, hin und her. Jetzt habe ich aber mir eine Stunde freigeschaufelt, wo ich mal laufen gehen kann. Und das mache ich jetzt, weil ansonsten komme ich gar nicht mehr dazu. Das ist eine Katastrophe. Also jetzt einfach nur raus und laufen. Mittlerweile bin ich schon so circa eine Stunde unterwegs. Ich habe noch ein paar Minuten vor mir. Und dann habe ich meinen Sport vollendet für heute. Ich muss aber weiterarbeiten. Schnell so die Dusche und dann ab dafür. Ganz schön stressig heute. Was ein Kack. Wenn man dann den Sport noch mit einbinden will, ist es nicht so easy peasy. Aber ich muss ja. Ich habe ja einen Deal mit mir selbst. Jeden Tag Sport. Deswegen gibt es da kein Vertun. Ich habe es jetzt getan. Saustag. Laufen heute ist lange her. Mittlerweile habe ich schon Nationalmannschaft geguckt. 4 zu 0 gegen Nordmazedonien. Hammer. Nebenbei habe ich ein bisschen gearbeitet, ein bisschen getippt und ein bisschen andere Sachen am Computer gemacht. Kann ich ja mal zeigen hier. So sieht das hier auf meinem Rechner aus. Hier zack, zack, zack. Hier ganz im Text. Ah, naja. Werdet ihr irgendwann mal lesen können. Mittlerweile ist es kurz nach elf. Und ich mache jetzt noch ein bisschen hier weiter. Ich habe ja keine festen Arbeitszeiten. Deswegen kann ich einfach reinhauen. Vom Essen her habe ich heute auch gut aufgepasst. Nicht zu viel irgendwie Käse da zu mir genommen. Deswegen laufen. Nicht viel gegessen. Also gut, ordentlich gegessen. Aber ordentliche Sachen, sagen wir mal so. Und damit habe ich mein Projekt 80 für heute erfüllt. Morgen ist der 74. Tag. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.